In Wien gibt's neben Dönerfleisch, Salat und Linsen eine Köstlichkeit, die Sie auf jeder Karte finden, größtenteils beim Nachtisch hinten. Das sind in Österreich die Palatschinken. Und wem nach Omelette, Crepe und Eierkuchen gelüstet, der darf weitersuchen. Der Rest erhält mit etwas Glück auf diese Weise eine neue Lieblingsspeise. Und dafür brauchen Sie nichts weiter als Butter, Mehl, Milch, Salz und Eier und dann noch Zimt und Schokolade für die finale Maskerade. Zuallererst aber das Mehl in einer Schüssel, der weiße Staub. Und damit es flüssig wird, schlagen wir die Eier auf. Na, das sieht doch schon ganz fein aus. Dazu noch eine Prise Salz getan und die Milch geleert, vielleicht ein bisschen mehr und jetzt geht's dann bald in Richtung Herd. Doch vor der munteren Promenade nehmen wir die Butter und die Schokolade und während wir den Teig vermischen, kann man den Rest derweil erhitzen. Kein Grund zum Katzenjammer, wer das nicht schafft, holt sich ein Handlanger zur Hilfskraft und wenn der andere brav mitmacht, dann geht alles fix direkt zum Herd und die Pfanne mit. Und dann ein Stück von der Butter, ein richtiger Brocken, sonst wird das zu trocken und dann hilft nur noch hoffen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, ich meine bildlich gesprochen. Menschen, die die Geschichte kennen, wissen, es hilft mitzudenken. Um das Ständchen endlich zu beenden, braucht man Glück, ein gewisses Quäntchen, aber vor allem ein geschicktes Händchen. Bitte, bitte, nichts zu danken. Na gut, so nimmt man halt einen Schöpfer voll, das wird verteilt durchschwenken und wird der Teig dann fest und gold das Ganze bitte einmal wenden. Dazu einmal hin und einmal her und dann drehen, so ungefähr. Schlussendlich heißt es geschwind heraus und dann die Soße hinein und den Zimt darauf. Und dann ihren Gast heranzuwinken, sich gegenseitig Mahlzeit wünschen und anzustoßen, will man dazu ein Glas halt trinken. Friede, Freude, Palatschinken. Ich hoffe, es gab Ihnen associate recü 대해서, ich bin jemanden, den Zimt aufρεun. Ich bin jemanden, den Zimt auf ucuf네 Oz und den Zimt auf beenden. Und dann、� Against hauen, ich bin jemanden die Poit響 auf, ich bin jemanden. theres da, bei der Zimt auf zu unterhalten und in der Zimt auf. Vielen Dank.